So ihr Lumpis da draußen, willkommen zurück bei Faktorio. Wie ihr seht, hat sich etwas verändert und zwar nicht nur grafisch, hier unten das Menü und so weiter, sondern wir sind jetzt auf der stabilen Version 0.17 glaube ich und ja, da hat sich grafisch was geändert und in den Menüs und so weiter. Ja, aber was auch viel gravierender ist, es haben sich ein paar Rezepte verändert und in der Forschung hat sich einiges verändert. Das heißt, wir müssen erstmal wieder hier diese ganzen Sachen erforschen, damit wir die bauen können. Ich denke, wir fangen einfach mal hier an, da haben wir schon das nächste eigentlich erforscht, aber es sind ja zum Glück nur rote Wissenschaftspakete, die wir brauchen. Aber ich denke, wir müssen hier auch umbauen, einiges an Sachen. Da muss ich jetzt erstmal gucken, genau was wir hier alles umbauen müssen. Erstmal wieder Alt drücken, damit man hier sieht, was hier gemacht wird. Hier wollte ich wieder eigentlich aufmachen, damit wir hier schön viel Fließbänder haben und dann gucken wir gerade mal. Also für die Grünen, das bleibt gleich. Die sind fertig, das ist gut. Die Stahlaxt, die tun wir natürlich auch mal erforschen. Sonst habe ich nämlich keine, das wäre blöd. Das hier bleibt gleich, die Sachen sind gleich, aber ich glaube hier unten hat sich bei der Forschung was getan. Und zwar das hier, die blauen, die brauchen jetzt anstatt dem elektrischen Erzförderer brauchen die jetzt Schwefel. Das heißt, wir können das hier auf jeden Fall mal weg machen. Wir können die natürlich trotzdem bauen und sammeln. Aber die machen wir dann in eine Kiste erstmal. Vielleicht brauchen wir die später noch. Hey, muss ich jetzt hier alles hier unten hinsetzen oder wie? Hä, was ist das? Wieso habe ich jetzt hier zwei Sachen? Das ist blöd. So. Nur noch eine. Ich würde das weg haben. Okay, müssen wir mal schauen. So, das heißt, wir müssen hier auf jeden Fall irgendwie Schwefel hinbringen. Und währenddessen gucken wir mal weiter, ob hier was sich geändert hat. Das baut noch und das baut noch. Solange hier noch Sachen gebaut werden, ist ja eigentlich super. Der ist zu langsam, deswegen kriegt der hier nichts. Doch, jetzt hat er eins gekriegt. So, die Motoren. Die sind auch noch am Laufen. Das hier ist am Laufen. Wie sieht es hier aus? Das läuft nicht. Warum? Ach, weil wir hier nichts machen. Jetzt müsste es aber wieder laufen, oder? Stahl kommt alles an. Und hier die Akkumulatoren, die machen wir auch auf. Dann haben wir hier auch alles. Okay. Die können wir ja mal mitnehmen. So, Stahl-Ax, das ist nett. So, dann die grünen. Das müssen wir alles nochmal erforschen hier. Ziemlich viel sogar, glaube ich. Oder? Ja, die Lilanen haben wir nämlich auch noch nicht erforscht, obwohl wir sie schon produzieren. So, oh, ich sehe auch gerade Elektrizität ist unten. So, das heißt aber, hier läuft das noch alles so, wie es sein soll. Jetzt gucken wir mal hier oben. Die Lilanen. Die brauchen Schienen und ein Produktivitätsmodul. Also was ganz anderes. Keine Elektromotoren mehr. So, ich will die blauen. Okay, da müssen wir mal schauen. Dann machen wir hier mal, kappen wir das gerade mal. Nehmen die mal weg. Also, jetzt gucken wir erstmal, dass wir da die, ähm, den Schwefel da runter bringen. Dass das eine wieder läuft. Und dann eins nach dem anderen. Also, ich glaube, bei der Forschung die Änderung ist, glaube ich, das gravierendste. Das ist natürlich jetzt hier blöd, dass ich hier alles umbauen muss. Aber wir wollen natürlich auf der Version spielen. Ich finde das gut. So, dann kannst du hier die bauen. Das ist okay. Komm, dann mach hier mal ein bisschen mehr. So. Okay, schon wieder was fertig. Gibt es hier noch gerade irgendwas Wichtiges? Das Schmiermittel, das stellen wir auch schon her. Aber ich würde jetzt erstmal auf die Forschungssachen alle gehen. So, und hier, wieso haben die keinen Strom? Eigentlich habe ich ja von allem alles, oder? Soweit ich das sehe. Außer die Akkumulatoren. Die haben keinen Strom, weil sie halt keinen Überschuss haben. So, dann müssen wir gucken. Baut ihr mal eben hier die Dinger hin, bitte. Dass wir wieder genug Strom haben. Und noch welche. So, haben wir noch Akkumulatoren? Ja, haben wir noch. Dann machen wir hier noch eine Ladung und hier noch eine Ladung. Oh, ich verstehe jetzt gerade mittlere Maustaste, um Verknüpfung zu löschen. Aber Umschalt. Achso, rechte Maustaste zum Öffnen. Aber ich will jetzt das hier einfach wieder weg haben. Ja, man kann jetzt hier viel mehr auswählen. Sehe ich das richtig? Ah, jetzt bin ich ja eingeschlossen. Ich will jetzt hier das aber weg haben aus meiner Hand. Ne, wenn ich das hier ablege. Normal war das ja weg. Kann man das irgendwo einstellen? Kopieren, einfügen, Blaupausen, Abrissplan. Aha. Ja, Upgradeplan, Blaupausenbuch, Exoskelett umschalten. Das brauche ich jetzt nicht. Ja, ich hätte das jetzt gern aus meiner Hand raus. Dann muss ich das in mein Inventar legen oder? Verstehe ich jetzt gerade nicht. Haben wir noch eine? Ne, wir haben sonst nichts. So, hier gibt es aber auch jetzt keine Verbindung. Das heißt, machen wir mal hier noch. So, hier gibt es eine Verbindung darüber. Hier gibt es aber keine hier hin. Hallo? Hä? Bin ich jetzt blöde? Das hier. Da kann ich aber dann wieder nicht durchlaufen, ne? Wenn ich das mache. Außerdem passt das hier nicht hin. Das ist ungeschickt. So, jetzt habe ich das hier in der Hand. Und wenn ich es hier hinlege, habe ich es immer noch in der Hand. Das finde ich irgendwie blöd. Also da fand ich das alte System irgendwie besser. Vielleicht kann man das auch wieder umstellen. Ich weiß es jetzt noch nicht. Also ich habe mit der Version jetzt noch nicht so viel gespielt. Aber das probieren wir jetzt einfach aus. So, wir nehmen jetzt mal die kleinen. Die kann ich wenigstens hier lang ziehen, oder? Ne, kann ich nicht. Das ist ungeschickt. Die helfen mir hier gar nicht. Was hatte ich denn hier oben für welche? Da hatte ich einfach einen großen und dann hat er das auch bis dahin mir gebracht. Macht er auch. Okay. So, legen wir den mal hier hin. Und dann können wir aber einen kleineren da hinbauen, oder? Das müsste doch reichen. Ja, dann machen wir die ganz kleinen. So. Einmal Strom. Und dann hier drüben noch. So. Jetzt haben die auch Strom. Aber das reicht noch nicht, ja? Ja, es ist jetzt aber auch gerade dunkel. Aber die haben trotzdem keinen Strom. Ich weiß nicht genau warum. Da jetzt kein Strom ankommt. Äh, okay. Müssen wir jetzt gleich mal gucken. Aber als erstes wollte ich mich ja jetzt um den Schwefel kümmern. Dass wir den da runter bringen. Das heißt, wir gucken erstmal, ob die Ölproduktion, die müsste noch genauso laufen wie vorher, oder? Ja, hier sind die Akkumulatoren. Holen wir uns auch mal ein paar mehr. Äh, die Ölproduktion läuft. Das heißt, wir haben hier auf jeden Fall Gas. Oh, das Leichtöl ist voll. Das ist nicht gut. Da müssen wir dann umbauen. Dass wir aus Leichtöl mehr hiervon machen. Äh, so. Gut, für den... Für den Schwefel brauche ich Wasser und Eisenplatten. Ne, Quatsch. Hier sind wir. Brauche ich nur Wasser und Dingsgas. Wobei, das könnte ich hier eigentlich auch trennen, oder? So. Ah, das stört mich ein bisschen. Das wäre cool, wenn ich das jetzt hier unten lag und ich könnte es eigentlich einfach gerade bauen. Hm. Ich kann, ob man das irgendwie ändern kann. Mal das hier kurz mal weg. Altmodus gängig machen. Kopieren auch schon ein. Hm, aha. Okay, das sind nur die Tasten hier eigentlich nochmal. Hm. Okay. Ich weiß es nicht, wie. Und ich kann immer noch kein... Keine Axt bauen. Oder die tue ich erforschen und dann habe ich sie automatisch. Wahrscheinlich. Könnte sein. Könnte sein. Gut, wie auch immer. Dann muss ich es immer so machen. Aus dem Inventar. So, das heißt, wir hauen hier so eins hin und dann brauchen wir den Schwefel da wirklich weit weg. Vielleicht ist es auch eine Gewöhnungssache einfach, dass man die Sachen sich ja da unten dann reinlegen muss. Aber weiß nicht, ob das so schneller dann ist. So, der muss noch viel, viel weiter. Auf jeden Fall hier runter. Gucken wir mal. Davon haben wir welche. Warte mal, ich lege mir das jetzt mal da hin. Und dann lege ich mir das mal da hin. Wo sind wir denn hier? Ich will mal kurz gucken, wo wir ankommen müssen. Das ist nämlich noch ein gutes Stück. Hier unten müssen wir ankommen. Vielleicht gucken wir mal, ob das wir hier mal hier irgendwo durchkommen. Ich meine, das geht schon. Hier durch. Hier hoch. Oh Gott, da brauchen wir viele, viele, viele Tunnels. So, das heißt so und hätte das gern so. Das geht nicht. Wir legen es hier runter. So, wir machen mal noch. Oh, den wollte ich nicht bauen. Den wollte ich bauen. Erst mal. Ja. Dann haben wir wieder 14. Na schön. so hier durch und dann noch von mir aus so. So, und jetzt müssen wir hier oben lang. Am besten. Und dann hier rüber. Dann kommen wir nämlich dahin, wo ich hinwollte eigentlich. So. Und so. So. Hier ist der Schwefel. So, den legen wir jetzt hier lang und dann kriegen wir den da drauf. Öh. Okay, keine von den Dingern mehr. Aber da haben wir wieder eingestellt, dass wir neu kriegen. Wow. Die Produktion hier ist auch gerade voll schlecht. da kann auch am mangelnden Strom liegen, wobei wir jetzt eigentlich wieder ganz gut dabei sind. Gut, wenn es dunkel wird, dann geht es ein bisschen runter, aber die Akkus halten da eigentlich ganz gut. Aber da kommt hier echt nichts an mehr von dem Eisen. so, der Inventar ist voll. Okay, wir können auf jeden Fall mal hier sowas verteilen. Ja, ich habe so viel Zeug, dass ich mal irgendwie noch wegkriegen muss. So, wie sieht es aus mit dem Strom? Okay, die Akkus gehen runter, aber ich hoffe, das reicht für die Zeit, wo es Nacht ist. Mal sehen. Ja. Okay, finde ich ein bisschen blöd natürlich, dass die Rezepte geändert wurden, aber gut, jetzt ist es so und wir bauen jetzt hier um. Das soll jetzt nicht der Untergang sein. So, von dem brauchen wir auf jeden Fall auch noch ein paar. Vielleicht kann wir ja mal einer erklären, was jetzt daran praktisch ist oder wie jetzt diese Leiste hier unten funktioniert, weil irgendwie entweder ich stelle mich da jetzt ein bisschen blöd an oder man muss halt die Sachen hier runterlegen, hast du hier vielleicht die wichtigsten Sachen, aber es war dann schon cool, wenn man das hier einen freien Platz hatte und konnte das dann eigentlich gleich in ja, in die in die Leiste legen oder hat das gleich in der Leiste, weil jetzt habe ich das Ding in der Hand und wie kriege ich das jetzt weg? Ja, ich kann jetzt hier rechtsklick machen mit Kuh. Ah, ah, da hat der Lumpi was rausgefunden. So, jetzt müsste eigentlich die Produktion, auch wenn es hier echt total verwirrend ist, vor allem dieser Teil hier, aber was soll's, von den blauen Wissenschaftspaketen wieder laufen. wenn ich das richtig sehe, die brauchen nur noch den Schwefel und der ist hier im Anflug, hoffe ich irgendwie, irgendwann, wo bleibt er denn? Da kommt er. Und dann müssen wir hoffen, nur oben, dass das ausreicht für den Schwefel. hier oben, so. Jetzt gucken wir mal weiter. Also, wir brauchen Schienen. Wir brauchen Schienen. Schienen ist Stein, Stahlträger, Eisenstange. Stein haben wir eigentlich direkt da. die Mauern sind voll. Das sieht gut aus. Ich wollte aber auch noch Beton produzieren, aber Beton kann ich noch gar nicht machen, weil ich das erst noch erforschen muss. Okay, wir brauchen auf jeden Fall Stein. Das ist aber kein Problem. Stein haben wir ja hier eigentlich und was war es noch? Stahlträger das haben wir hier und Eisenstangen. Dazu brauchen wir Eisenplatten. Haben wir doch hier auch irgendwo hingelegt, oder? Bin ich jetzt ganz blöd? Hier oben, ne? Ja. Okay. Ja, ne, da würde ich vorschlagen, wir bauen hier hier eine Produktion für die Schienen hin. So, mal gucken, haben wir hier irgendwas, was wir gerade sonst brauchen dafür? Wir brauchen auf jeden Fall das hier. Wir machen mal eine. Vielleicht reicht das. So, jetzt ist die hier. Ich stelle die jetzt einfach mal hier hin. So, und dann hole ich mir hier den Stein, glaube ich, direkt ab. Und ziehe das hier rüber. So, das hätte ich gerne hier kommen. Dann haben wir nämlich den Stein. So, du sollst Schienen machen. Schienen, Schienen, Schienen. So. Dann holen wir uns hier oben die Eisenplatten für die Eisenstangen. Braucht er nur eine Eisenplatte? Okay. Dann holen wir uns eine Montagemaschine. Achso, ja, die ist jetzt da nicht hier, ne? Dann würde ich einfach jetzt weiterlaufen, warten, bis sie fertig ist. Würde mich hier die nehmen und hinbauen. Jetzt muss ich immer das Inventar aufmachen. Und dann suche ich jetzt die Montagemaschine. Die ist hier. So, machen wir hier hin. Okay, und dann hätte ich gerne, dass du das nimmst. Und der ist wahrscheinlich relativ schnell. So. Und wie gesagt, das hier machst. So, das hier brauchen wir eigentlich auch immer hier unten. So, wo ist denn hier Strom? Hier drüben. So, genau. Du siehst das hier runter. Oh, jetzt ist hier sowas im Weg. Dann machen wir das so. So. Und hier soll es hin. Also einmal um die Kurve. Die hier können wir hier eigentlich auch hinlegen. Das und das. Und dann brauchen wir jetzt nur noch Stahl. Der ist hier unten. Den krabschen wir uns eigentlich auch einfach weg, oder? Nee, wir machen das mit einem Teiler. So. Also, der Stahl, der kann hier ankommen. So. So. Das brauchen wir. Und Tyler. Tyler Swift. So. Dann brauchen wir noch das hier. Und dann die fertigen bitte hier raushauen. Komm, ihr kriegt jetzt erstmal Strom, damit ihr mal anfangen könnt. So. Und die fertigen dann hier raushauen. Hier ums Eck. Und die machen wir hier mit aufs Förderband drauf. So. Und so. So, da haben wir schon mal das für die Forschung. Und die Produktivitätsmodule, die schauen wir uns beim nächsten Mal an, Leute. Bis dahin würde ich sagen, macht's gut. Bis dann. .